Wie weit ist denn der Aufstiegs-Thema? Auch eigentlich noch gar nicht, weil, wie gesagt, es sind jetzt sieben Spiele, 90 Punkte noch und wenn wir jetzt alle sieben Spiele verlieren würden, dann werden wir wahrscheinlich irgendwo auf Platz 10 eintrudeln und das wäre natürlich keiner, aber wie gesagt, wir denken von Spiel zu Spiel. Jetzt kommt Würzburg und woanders brauchen wir, glaube ich, nichts anzudenken. Ja, wie gesagt, es rückt halt immer näher und dann ist normal, dass man sich auch Gedanken darüber macht und sich auch vorstellt, wie schön es wäre und weil mittlerweile ist es greifbar, das muss man einfach so sagen. Vorher wusste man halt, dass es ein langer Weg ist und es ist immer noch ein kleiner Weg, aber wie gesagt, es nähert sich dem Ende und man sieht, dass es greifbar ist. Von daher, ich sehe es halt so, dass, wenn die Chance auch da ist, dass man danach greifen muss und wie gesagt, es ist alles möglich und deswegen nochmal Vollgas gehen die letzten Spiele, darauf fokussieren und wie gesagt, wir haben nochmal ein gutes Restprogramm, was uns auch alles abverlangen wird, nochmal auch mit drei Ostfahrten. Von daher, es wird nicht einfach, aber die anderen müssen auch erst mal punkten. Von daher, ich sehe auf jeden Fall eine Chance da und mal sehen, was kommt.